Wenn ich irgendwann ein Kind habe, die will Party machen mit ihren Leuten. Zur Hausparty. Ich glaube... Boah, nein, mach auf gar keinen Fall! Hör mich zu... Heiko, es ist das unangenehmste der Welt. Du denkst, das ist cool, ey. Ich bin der coole Papa, der mitmacht beim Party machen. Da hat keiner Bock drauf. Ich glaube, ich werde so... Wenn du irgendwann ein Kind hast und die machen so Hauspartys bei sich... Sei auf keinen Fall der Papa, der dann da um drei Uhr noch mittrinkt. Cool sein will und mit den Zigaretten raucht. Warum denn nicht? Heiko, man will doch unter sich sein. Überleg doch mal, wie es damals war, als wir 16 waren. Es war doch nicht geil, als dann die Eltern da waren. Kann auch der coole, hippe Papi sein, der mitmacht, die Freundin drüber reden. Hey, guck mal, hier. Also ich glaube, ich habe keinen coolen Papa. Also du machst ja manchmal den Trick, wenn eine Party nicht läuft, dass du so 2010er Banger anmachst. Die ganze Musik, mit der wir groß geworden sind. Funktioniert immer. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das ist unfassbar unangenehm. Mach das nicht. Du bist das ältere Teil, was sich dann aufregt, weil irgendwie die Musik zu lautet. Denk doch mal an die Nachbarn. Ich bin ein locker lässiger Typ. Ich bin entspannt, ich lasse machen. Hab aber trotzdem im Griff, dass alle Spaß haben und dass alles sauber bleibt.